eigentlich sollte ich ja oberkörper frei rumlaufe ich bin aber ich gucke noch mal kurz auf aufs tier dass es wieder wach wird da brauchst du noch mehr von deiner kleinen fieber ah hier ist gleich noch mal so ein schwein oder das ist ein ich denke schon das ja gibt es kein job der 15 kann ich mal okay hast gekillt ne der schweck kann aber da ist noch einer wie viel heit hast du gerade bei 21 43 eigentlich sollte man es tötet ist wichtig und gleich schon dein ding machen das hatte ja theoretisch ja geht es besser mit dem tier dann wahrscheinlich oder hat so mit dem reittier ja was schon wieder das inventar voll mann bringt euch noch den oder was denn das jeder mal lieber weg oder ja passt schon das vieh greift nicht an was hängt also ich noch blaue bärerei schwarze bärerein lege ja oder irgendwie habe ich nicht getroffen die ganze zeit jetzt reicht auf jeden fall als letztes ging zeit noch länger als die andere wenn die das lila kurz davor lehrt so wenn es leer wird dann sagt bescheid dann müssen wir nicht wieder betäuben alle das schweiß vieh jetzt soll mal stehen bleiben das hat halt dementsprechend noch mehr leben ich glaube jetzt hängt ja wohl wie kann ich holzkraft mein fies passt bewusstlos ich geh mal zurück nicht dass das vieh jetzt wach wird ich glaube der mario guckt nicht nach was behindert du guckst nicht nach deinem tier oder ob es wieder bewusstlos wird ja ob es wieder nüchtern wird oh das steht gerade dran oder gell ja das ist ja mal gemeint was soll ich da machen ja das müssen wir wieder von vorne anfangen nö nicht wir hätten gezähmt ach ist er schon er ist gezähmt ja kann ich hingehen kann ich länger e drücken ja stimmt das heißt wir können schon den arme ändern was weiß ich was alles kann ich schon fragen was es dir folgen soll ok so was gebe ich dem viehchen jetzt für einen namen hm da hinten läuft da mit einem mammut rum voll geil ja man okay ähm nenne ich dich ah ich weiß wie ja ich spiele zu viel witcher ich weiß äh equip saddle drive jetzt muss ich irgendwie noch einen Sattel bauen oder ja genau alle was leuchtet da im himmel ja das wissen wir auch noch nicht was das ist irgend so ne base oder irgendwas ok dann ist das mein tier wo ein level up gekriegt hat ja hm jawoll hm hey jungs ich muss ich hab einfach ins wasser rein hüpfen gell ja hm äh ich müsste mir ist kalt also bei mir ist da voll viel bären mein tier bei einem ist kalt ich gebe auch mal was so ja das was mal voll oben machen immerhin drückt man lange und dann dass sie noch beere drinnen so ich wollte ja irgendwo unten rechts following ja genau dann folgte dir ein able following jetzt folgt er mir steht unten drunter ok können wir mal zur base rennen kann man dich mal ein bisserl erquipten ja wie kann ich das vieh warum kann ich das vieh jetzt reiten weil du keinen sattel hast genau ok wie bei euch denn da brauchst du 80 leder und das müssen wir erstmal von tieren kriegen jetzt vielleicht haben wir ja genug in der base noch ich weiß es nicht in der base haben auf jeden fall noch ein bisserl was naja ich hab 20 ich kann auch nicht zufällig einem von euch hinten drauf sitze oder ne leider nicht da ist nicht weit ich bin gerade um die ecke hinter dem stein ist es schon ok so ziemlich lol guck mal was da vorne sind zwei zwei reittiere der blöde steht mir im weg ich verpüß dich jetzt du spielst viel witcher oder? jaa egal ich feier witcher 3 wir machen jetzt einen reittierhandel auf ok also ich bin immer noch brutal kalt ich soll was schnelles warmes schnelles finden jaa ey da ist ein feuer, kann man das anmachen? jaa muss grad feuer, äh holz reinlegen ich machs ja mal an aber stark jetzt ist mir ja wohl ne mehr kalt oder? ne ich glaub nicht oh neue punkte ich bin jetzt level 15 glaub ich ne 16 schon stimmt 15 ah 15 gut was ist denn das gelbe? ah das heißt ihr habt das schon erforscht kann das sein? wenn die erforschten Dinger gelb sind dann habt ihr die schon erforscht ja keine Ahnung ein Fernglas? ich glaub ich hol mir mal ein Fernglas oh ich musste kurz die Aufnahme beenden ich hab euch kurz äh den gemutet gehabt falls ihr was gefragt hattet ne haben wir nicht jo ich bin kurz AFK ich muss eine rauchen und muss küsse gehen kann ich hier stehen bleiben oder bin ich hier unsicher? normal bin ich sicher ok ich will im Fernglas wo ist denn das Fernglas? da wo sind die Plätze? da braucht man zwei Kristall hast du schon mal Kristall gefunden? äh ne krass 50 Holzen Tätschen 30 ich weiß nicht achso ich tu mal Sachen einlagern hier Fieber 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 nochmal Fieber Alter diese Fieber ist scheiß drin Fieber fuck also wie viel Leder hast du jetzt? ich hab den zettel schon gemacht achso hm war aber schnell jetzt ah ja tja ja voll viele Samen ja ja kann ich was cooles neues bauen hehehe was kannst du denn bauen? schon schon lol da können wir bestimmt mehr Sachen rein machen mit Sicherheit mit Sicherheit zusammen kann ich auch gleich bauen hehehe Alter der Ghost ist Level 27 ey mhm das Gebäude ist zu niedrig für das Ding ja Dodo kommt und hilft mir jawoll und der Hansi Orgon auch noch ja voll die Armee voll geil ja voll geil ja ja jawoll jawoll das steht jetzt alle vom Scheiß ja das war nie fast rein in den Schrank Dreh BB dann greift denn der Hansi an? ey ich tu kurz wieder mute dann nehme ich nochmal auf brauchst du nicht immer sagen doch du nimmst nicht auf doch ich nehme die ganze Zeit auf deswegen Tauri kein Problem hör mal hat der jetzt lol ja dein Hansi hat Dings äh hat Heid gefarmt hat Meat gefarmt ich hab gedacht warum haut denn der weiter drauf der hat alles gefarmt echt jetzt? ja echt jetzt der hat Heid äh Knochen und und Fleisch geil ey wir brauchen mehr und dann müssen wir die auf Patrouille schicken und dann immer aggressiv lassen mhm ist der Hammer geil du hast der erste Satz gek haha geil ich mach mal kurz Level Up ach lol hier ist der Schrank waschle jetzt Narcotec Narcotec Level Up available dein Tier aber ich hab nur zwei Punkte ach mein Tier wie kann ich das machen? mhm ins Inventar vom Tier gehen ok mach ich auf E oder? hattest du jetzt einen Zattel? ja habt ihr da grad einen Zattel draufhaut? ja chris hat's gemacht ja ähm ich muss ja erstmal mit dem zurecht kommen ein bisschen Access Inventar haben wir irgendwo Steine drin? ach egal kann ich hier auch ich hab nur 40 kann ich hier auch irgendwo sehen? achso kann ich hier auch irgendwie in das Level Up? ich kann eben gar kein Punkte Gap oder so ja du kannst bei ihm ähm falls wir überhaupt Level Up haben falls wir überhaupt Level Up haben ich bin jetzt in ich bin wieder in meinem Inventar drin gell? ja du musst lange drauf bleiben und dann Access Inventar aber der hat kein Level Up der hat das noch kurz davor äh Level Up is available ja dann mischst du dann hast du wahrscheinlich Punkte übrig geh mal äh ja ich hab zwei ich hab drei Punkte aber kann mir davon ja nichts kaufen sicher hat nichts du musst erst deine Punkte bei Hilfe und sowas verteilen dass du Punkte kriegst da wieder für die Fähigkeit oder fürs Crafting achso ja jetzt verstehe ich's ok ähm machen wir mal Move Speed ah ok jetzt hab ich's verstanden hast du den Hansi auf dem Commandant? ich glaub so ne Wasserflasche ist nütig oder? ich weiß nur was Hansi wo ist Hansi? da unten Jungs ne Wasserflasche ist nützlich am Anfang mal oder? ja ja die auf jeden Fall ein Campfire glaube ich auch der ist ja ja wie 24 total äh Speer ist schon schwach zu sinnlos also die Axt ja ok ähm ok ja der war auf Wandern wenn wir jetzt noch aggressiv stellen dann kriegt er hier das Vieh dann kriegt er hier das Vieh oder mit LAM24 ich glaub da gewinnt er hier das Mark Schu- Schuhe auch Schuhe ah Bälder ich hab immer noch Punkte da ich hab immer noch das Teile da jetzt da 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 Bis zum nächsten Mal.